Also, machen wir hier die Erste. Der da fort. Die Linke rennen auf. Das heißt ja, die Linke rennen auf. Die Linke rennen auf. Das Erste ist ein Bühler-Fahrer. Wie gesagt, Fussballspiel geht auch nichts genügt. Und die meisten Gäuble... Ja, das ist jetzt Übtrieber gesagt, die meisten Gäuble. Viele Gäuble gibt es ja dann erst, die eigentliche Nachspielzeit. Das ist natürlich von der Strierung. Wenn du, sagen wir mal, entfügig bist, bis zu 89, dann verlierst du den einfach noch. Wunderbar. Oh je. Oh, 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 oh. Das hat zum Beispiel gesagt, zuerst wenn wir warten. Zuerst wenn wir warten und dann noch kommen. Oh, nein, nein, nein. Wie wie soll ich so schau? Habe ich das doch auch eingekriegt? Das war die... bis zum Däumchen... Da vorne haben wir ja unsere Jeep fahren... Da können wir uns noch ein paar Wien... ...dass wir fahren müssen... ...dass wir fahren... Jetzt gehen wir mal Felsen... ...dass wir lassen... Dann gehts noch ein Stückchen... Sag nicht, dann sind wir bald am Ziel... Ja, klar sind wir bald am Ziel... ...dass wir da... ...dass wir da... ...dass wir da... ...dass wir da so ein bisschen Wasser nach... ...sag ich jetzt... Ähm... Aber jetzt, wenn ich das erste Mal fahre... ...mull ahne... ...mull ahne... ...mull ahne... ...dass wir sehen... ...dass wir sehen... ...dass wir nicht... ...dass wir da... ...habe ich das auch nicht gesehen... ...ähm... ...und... 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 Ich muss jetzt auch schnell hier... ...ehm... ...dann sie doch schnell hier... ...ehm... ...dann sie... ...dann sie noch... Oh, yes. Das ist für so eine Chance. Das ist für so eine Chance. Oh! Bitteschön! Das ist ein Dauber, Dauber, Dauber Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh je, jetzt habe ich mich da oben Ich habe mich da oben gefahren, da bin ich begann erinnert Das ist gut. Trittstoff, 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 19 Bah, noch 14 Liter haben wir die Leck mich tot fett Äh, warte ich wirklich einmal ... Äh, nein, hier Aich, asp Was? Was? Wie viel? Gespielt zwischen anderen Verbreiten, Textstoff, Fahrzeugen vorgelegt, die Siedlung vom Sied Ah, da haben wir die heutige Wand erfüllt. Werkstättenfreiges Alter 2, verdeckte Stellen ergründet, Neunzugereich, Distanz, Sechsmal gedekte Ziele abgeschlossen, zum Hauglinien. Hoppla, ich bin auf Quarte. Dann ist das jetzt... Fertig, hast nichts mehr gemacht. Äh... Ja, ich meine, was willst du noch Holz liefern? Ja, gut, in diesem Fall, äh... Zurück zum Hauptmenü. Aber das finde ich jetzt... Jo... Jetzt kannst du die noch mal machen, oder was? Ich weiss nicht... Ja, auf jeden Fall, äh... Haben wir ein Kartenkomplex geschafft. Das ist doch nicht mal cool. Aber äh... Ist irgendwie so ein abrupter Schluss jetzt, muss ich sagen. Das ist jetzt... Ich schätze mal... Mh-mh-mh... Mh-mh... Mh-mh... Äh... Jo... Äh... Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir den Vulkan gekommen. Jetzt könnten wir mal die Christenhügel-Ebene... Ich weiss es noch nicht, aber... Aber äh... Ja, komm, machen wir da auch wieder einen kurzen Brat. Äh... Ja, ich schaue es mal an, und dann machen wir weiter zu einer der oberen vier Kartenkretchen. Auf ein neuer Abenteuerstwachsende. Also noch sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.